Den Feiertag Christi Himmelfahrt ohne Bundesratstagung zu feiern, ist für viele kaum vorstellbar. Und doch ist es in diesem Jahr so. Wir wollen ein Alternativangebot machen, online. Wir wollen Gottesdienst feiern unter dem Motto Unser Glaube hat Zukunft mit den Musikern der Bundesratstagung. Und im Anschluss daran haben wir Erik Händeler, einen Wirtschaftsjournalisten, Christen und Zukunftsforscher eingeladen, der über Herausforderungen und Möglichkeiten der Gemeinden in der Krise mit uns nachdenken wird. Das werden wir vertiefen in einer Podiumsdiskussion unter Leitung von Birte McCloy. Dazu lade ich ganz herzlich ein. Gottesdienst, Vortrag und Podiumsdiskussion Himmelfahrt 10 bis 13 Uhr. Gottesdienst, Vortrag und Podiumsdiskussion Himmelfahrt 10 bis 15 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020